Ich könnte normalerweise auch noch, nur falls ich noch mehr Dirt brauche. Ich glaube im Dorf ist noch sehr viel. Ja, ist leider. Ich glaube das Zeug werde ich auch niemals aufbrauchen. Vorher höre ich mit dem Let's Playen wahrscheinlich auf. Zumindest mit Minecraft. Ja, da muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Das Minecraft Let's Play, es kann sein, dass es irgendwann mal aussterben wird. Nicht heute, nicht morgen. Und übermorgen auch noch nicht. Aber man muss sich halt vor Augen halten. Es kann zu dem Fall kommen, dass es irgendwann mal ausstirbt. Und dass es auch mal bei mir auf dem Kanal irgendwann mal ausstirbt. Aber wenn dieses Let's Play mal irgendwann aussterben sollte, dann mache ich eine dicke Feier. Dann mache ich eine dicke Party. Spreng nicht alles in die Luft oder so. Nee, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. So. Hier schön alles auffüllen. Zack. So. Schön so ein bisschen Stabilität reinbringen. Jetzt sind wir tatsächlich Out of Dirt oder was? Mach kein Scheiß hier. Oder ist da ganz unten noch was? Muss man mal gucken gehen. So, dann gehen wir erstmal nach unten. Und gucken mal, ob wir da nicht noch ein bisschen Dirt haben. Und dann müssen wir hier nochmal die ganzen, äh... Ja, aber hier nochmal im Laufe der Zeit. Muss ja nicht sofort sein. Ja, also. Im Laufe der Zeit müssen wir hier nochmal Treppen einziehen. Und keine Ahnung was alles. Aber erstmal müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier, äh, ein kleines Häusli irgendwie hinkriegen. Erste Stunde hat es auch schon gleich hinter sich. Krass, krass, krass. Mensch, ich müsste jetzt direkt mal rechnen. Moment mal ganz kurz. Vier. Okay. Jetzt mal kurz ein bisschen runterziehen. So. Vier Minuten muss ich immer abziehen, weil vier Minuten aus dieser Aufnahme-Session gehen circa noch in die letzte Aufnahme-Session mit rein. Ja, so rund vier Minuten. Nein, nicht angleichen. Lieber da hinten zumachen. Nein. Hoffentlich reicht das jetzt noch. Hm. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Vier mal dort. Okay. Ich geh da mal. Und fall hier mal runter. Höhe richtig? Nee. So. Dann erweitern wir das Ganze hier halt doch noch ein bisschen und tragen hier doch noch mal einen halben Berg wieder ab. Mann, 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 Mann. Naja, solange die Schaufel noch ein bisschen was hermacht, kann man das ja auch ruhig mal tun. So, das lassen wir hier so ein bisschen, das sieht so ein bisschen Minecraftig aus, glaube ich. Zumindest so nach alten World Generatoren, 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 Möchte ich fast sagen. Und den nochmal weg. Nein! Nicht schon wieder runter. So, erstmal den Happen, Happen reinflitzen. Zack, zack. Immer rein damit. Gut. So, jetzt habe ich trotzdem noch nicht gerechnet. Das sind 14. Keine Ahnung. Ich habe echt gerade keinen Durchblick mehr. Weil ich muss ja so ein bisschen aufpassen, Zweck Silvester und so weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit ich komme. Mit meiner Aufnahme. Und ich habe gerade echt keine Ahnung, wann Silvester und so weiter ist. Da bin ich jetzt echt noch überlegen, ob ich jetzt mal ein kleines Aufnahmepäuschen mache, so nach einer Stunde. Weil die nächste Zeit, hätte ich ja schon ein bisschen Zeit, wieder aufnehmen zu können. Aber vielleicht doch erstmal wenigstens so ein bisschen sicher, ein bisschen sicher dastehen. Tja, würde ich sagen, Eichenholz oder Birke. Haben wir schon mal so das Birke gebaut? Ne, ich glaube nicht. Können wir ja mal irgendwie hier... Das müssen wir ja mit einbeziehen. Irgendwie. Oder? Nach draußen und nach unten. Können wir auch so machen. Ähm... Dreier ist das hier. Die Mitte. Mitte wäre hier. Zack. Ach, guck mal, wir haben hier auch nirgendwo Glas oder so, ne? Hup. Oi. Hi. Hüse. Hüse. So, jetzt aber. So, Birke. Oh, das macht was anderes. Glaube ich. Aber wir haben gar nicht so viel Birkenholz. Ja, okay. Macht ja nichts. Dann machen wir halt nur den Eingang aus Birke. So, zack. Alter, dass das nicht mehr geht irgendwie, ne? Das ist... Toll. Auch irgendwie u-bär-stressig. Hä? Ja. So. Und dann, äh... Doch, wieder Birke. Ne, wir machen mal das Feuerzeug weg. So. Noch ein. Ah. Also wir müssen ja mal irgendwie zusehen, dass wir hier noch vielleicht einen kleinen Sandstrand oder sowas finden. Das wäre vielleicht auch ganz cool. So, und dann eins und zwei. Und dann kommen drei. So, drei. Und dann kommt nochmal eins, zwei. Aber dann ist das doch schon wieder... Kommt zwei. Eins, zwei, drei. Und zwei. Und dann kommt der hier wieder. Das ist jetzt schon wieder viel zu groß eigentlich. Hohala. Ich meine, das wird alles größer. Ich fange immer irgendwie an zu bauen und das wird dann definitiv schon mal größer als die aller, 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 allererste Behausung, die wir hier hatten. Nö, ist aber so. War gut. So. Ne, ich meine mal ehrlich, Hand aufs Herz. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr es nicht wisst. Aber wer kann sich denn noch an meine allererste Behausung hier erinnern? Ich glaube, von den Zuschauern ist heute gar keiner mehr da. Die allererste. Oh mein Gott. Wenn ich daran noch denke. Was für eine Bruchbude. Der hat auch mit diesem Dach, mit diesem Quatsch da, mit den Treppen so angebaut. Ich stehe eigentlich eher auf diese Flachdächer. So, den Boden. Lass mal den Boden irgendwie hier aus so'n, so'n... Was haben wir denn hier? Weiß gefärbtes, irgendwas. Diorit. Lass uns auf den Boden mal einfach aus Diorit machen. Diorit. Nehmen wir einfach mal Diorit. Was kann man eigentlich aus dem Diorit und dem ganzen Quatsch noch machen? Ich weiß es gar nicht. Und ich überlege das jedes Mal. So kann man den nicht auch irgendwie... Stimmt. Können wir ja auch in polierten Diorit ändern. Und dann? Geht da noch mehr? Nö. Nö. Ach, wir haben auch noch hier gar keinen Crafting-Olican-Aberredler, ne? Habe ich gerade mal so drüber nachgedacht. Dann brauchen wir hier auch noch mal. Also, Crafting-Station, hätte ich jetzt gesagt. Nein. Obwohl doch. Fundament. Haben wir auch schon gar nicht mehr gebaut. Richtig schön so mit Fundament. Ähm. Diorit. So. Klopp. Bauen wir da noch mal ein kleines Fundament unter. Das ist mal wieder was anderes, ne? Schön stabil dann alles und so. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass dieses Diorit einigermaßen stabil ist. Also TNT-beständig ist es, wenn ich mich richtig erinnere, nicht. So. Ah, verdammt. Zack. Und weiter geht es. Zack. Ah, schon wieder falsch. So. So, 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 so. Ah, hier sieht der Diorit-Block gar nicht so scheiße aus. In diesem, ähm, Texturenpaket hat der Diorit-Block was. Der hat so ein bisschen was von dem Misa, ähm, Half-Slap. Finde ich zumindest. Alter, wie schnell hier schon wieder das Zeugs aus ist, so. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. So. Fackeln. Fackelwaren. Bapp. Bapp. Wagen wir mal so lassen. Bapp. Bapp. So, habe ich hier denn noch Diorit hier oben? Selbstverständlich nicht. Packen wir den Dirt da mal rein. Und dann werden wir uns hier mal eine Crafting-Bench schon mal bauen. Raus mit dir. Komm. Oh, hab du. Geh doch. Ähm. Crafting-Bench. Genau. Eine Werkbank. So. Dann brauchen wir hier ein Tour. Eine Tür. Die Tür. Oh, dass da gleich drei Stück rauskommen. Weiß nicht, ob das jetzt so... Hm. Weiß nicht so recht, was ich... Zombie-Alarm. Ich weiß... Heute mal aber... Tag.